Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Ja, wir müssen wieder ein bisschen Essen besorgen und ja, ich hoffe, dass es jetzt auch genug laut ist, weil mein Headset irgendwie ein bisschen an Lautstärke verloren hat. Keine Ahnung, ich habe schon fast Maximum die Lautstärke eingestellt und trotzdem ist es noch recht leise. Eventuell liegt es auch an YouTube, da weiss ich es jetzt nicht genau, weil auf dem Desktop, also im Media Player, ist es genug laut. Ah, wir haben mal ein Ding verloren. Kerne. Wieso bekommen wir so wenig Kerne? Du Samen. Tja, keine Ahnung. Ähm, naja, ein Brot. Ah, da haben wir noch Beeren, genau. So, haben wir da noch genug? Machen wir nochmals einen. Und, ja, die Candlebe brauche ich nicht anzupflanzen. Dann gehen wir runter. Ja, vielleicht erkunden wir jetzt ein bisschen noch die Gegend und, ähm, ja, schauen wir mal. Ähm, ja, für den Schösser, ja, komm, setzen wir die hier oben wieder ein. Und, ähm, nehmen wir noch die Äpfel mit. So. Ah, das sind zwei Heil, also die Heil, zwei. Gut. Also, wir müssen uns um Essen kümmern und dann bauen wir am Haus halt momentan eher mit, äh, Materialien, die, ähm, ich besorgen kann. Und dann später so, ähm, schöne Materialien mal gucken. Schafe haben wir hier. Aber ich brauche irgendwas anderes. Kühe und Hühner. Ja, Fäder sind dann wichtig für Misskräft. Oh, was ist das? Hundsrute. Himbeere. Himbeere, Hundsrute. Oh, wow. Also, schauen wir mal, ob wir hier was finden. Ist recht groß hier. Also, alles Wald. Ah, Fäder, äh, nein, ähm, Beckenwald. Nochmals ein Dorf, da, nein, da waren wir. Ja, genau. Gehen wir mal ein bisschen diese Richtung. So. Hm. Da haben wir noch den, ähm, ich sag schon, Baumwolle, genau. Und das ist, ähm, hab ich ja nicht gewusst, was das ist. Das ist, äh, Muskatnuss. Da kommt man nicht drauf, das ist gott so anders. Ah, da. Genau. So. Was ist das? Schmetterlingsflieder. Was sind denn das für Namen? Pathos. Hm. Ja, Dartskühe. Hm. Müsste ich mir merken. Müsste ich mir merken. Die müssen wir züchten. Unbedingt. Wir brauchen so viel Leder. In diesem Modpack. Ah, aber dieses Zuckerer. Bambus. Genau, Bambus. Könnten wir gebrauchen für den, ähm, Tropikraft. Genau. So. Dann haben wir dort noch ein anderes. Wie haben wir? Was? Avocados. Hm, sind noch nicht reif. Dann nehmen wir die noch mit. Und dann ist uns im Moment voll. Oh, da kommen wir fast nicht drüber. Na, was haben wir hier? Baumnüsse. Okay. Also, dann müssen wir wieder nach Norden. Bevor es dunkel wird. Ich muss da noch ein bisschen rennen, sobald. Bevor ist das schnell, wird das schnell dunkel. Ja. Oh. Was nehmen wir da? Die da. Textilgarten. Leider hört man jetzt ein bisschen die Tastatur. Aber da kann man nichts machen, weil sonst bin ich zu leise. Und ja, die Tastatur ist bei mir ein bisschen laut, das stimmt. So. Schnell nach oben. Ja, danke. So komme ich nicht nach oben. So ein bisschen leckt mit in der Luft. Hm. Da ist der Spawn. Und wo genau ist mein Haus? Genau auf der anderen Seite. Das Spawns. Hey. Diese Richtung. Oh, was ist denn hier los? Da werden wir ja ewig haben zum Bauen. Abbauen. Dann kommen wir einfach nicht durch und hier komme ich auch nicht durch. Okay. So. Jetzt sind wir hier. Gut, gut. Gut, gut. Schön viel Materialien. So. Schnell schlafen. Schnell. Ja, ja. Noch einmal nachschauen. Okay. Bambus, Pfeifenrohr, Pfeifenbambus, Baumwolle. Detectivieren, pflanzen wir dann an. Sodele. Und jetzt. Ja, toll. Nach hinten. Hm. Also, was ist jetzt eigentlich wichtig? Kurkump ist wichtig. Kabatsch. Zucchini nehmen wir noch. Und dann... Ja, das können wir noch anpflanzen. Baumwolle. Jo. Nehmen wir das noch mit für die Kühe. Und, ähm, ja, Okra. Die anderen pflanzen wir nicht dann, sonst haben wir da zu große, ähm... Ja, zu viele Sachen zum Anpflanzen. Also, du gehst hierhin. So. Nehmen wir Okra. Kabatsch. Zucchini. So. Ah, die Schocken. Gurken. Hm. Nehmen wir hier noch Baumwolle. So. Und dann hier Gerste. Sodele. Die Bären kommen ja hierhin. Sodele. Ja. Ok. Straube. Noch ein bisschen. Auch wenn sie nicht viel bringen. So. Ok. Die nehmen wir mit. Und jetzt müssen wir schauen, die Kühe waren da. Und das schauen wir uns vielleicht im Norden mal um, ob es dort auch Kühe gibt, die näher sind und nicht so ab, ähm, ja, auf schlechtem Grund. Aber das sieht nicht so aus. Das ist schade. Wieso ist das so schade? Weil es so schade ist. Hm. Na toll. Spawn irgendwie wenig Kühe. Wir haben hier paar Gerste noch. Hallo? Haben wir hier irgendwas? So wenig spawnen. Hm. Schon ein bisschen komisch. Das ist wirklich komisch, das. Naja. Na gut. Da müssen wir wahrscheinlich dorthin. Die Hühner können wir ja mit den Eiern noch. Ähm. Züchten. So wird das nichts. Dort haben wir die Schafe auf der Map. Aber das bringt uns nichts. Noch nichts. Hey. Was ist denn los? So. Oh, die falsche Taste gedrückt. Ist recht komisch hier. Hier haben wir Skelette irgendwo. Ja, das ist der hier unterirdisch. Wassersalat. Was soll ich mit Wassersalat? Hier haben wir einen Kirschenbärm. Nett, nett. Gleich dann mal anpflanzen. Noch mehr Kirschen. Okay, okay. Die Äpfel weggehen, kommen die Kirsche. Hm. Da sind Kühe. Wow. Ein bisschen näher. So, hier haben wir das Schneegebiet noch. Okay. Kommt ihr Kühe lang. Ich nehme nur zwei mit. Oder drei, wenn ich. Weil mehr ströhen zu viel als weit aus. Das ist zu schlecht. Was seid ihr für Vollpfosten? Kommt. Seid ihr langsam. Kommt. Hallo. Ja, komm. Nein, du auch. Was ist denn so schwer hier um die Ecke zu kommen? Hallo. Da schläft man an. Ja, genau. Du auch. Kommt. So, hier durch. Genau. Ja, nicht. Zu weit nach hinten. Wir hätten zuerst eine Weide machen sollen. Eine Umzäunung. Was ist denn los mit den Bäumen? Wie wurden denn die zusammen gespawnt? Das ist ja Wahnsinn. Jetzt sind wir erst bitte bei den Kirschen. Gott, oh Gott. Ja, genau. Was war denn das? Moonwalk. Kommt, 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 kommt. Kommt alle. Zu mir. Zu mir. Genau. Jetzt hier hin. Genau. So. Ihr seid brav. Ja, jetzt geht's plötzlich so schnell wie so. So, ihr bleibt hier. So. Also ich hab kein Holz fast. Ja doch. Genug Holz. Wir müssen nur eine kleine Umzäunung machen. Sodele. Da haben wir das. Nehmen wir gerade ein bisschen mehr, wenn wir so viel Holz haben. Genau, 64. Sehr schön. Was haben wir noch? Wolle haben wir noch. Sodele. Und ähm. Daraus können wir noch ein Bett machen. Weil wir jetzt auch später ein bisschen länger weg sein werden. Können wir da immer wieder schlafen mit dem Bett. Das ist natürlich klar. Also. Kühe. Ihr geht dann dorthin. Also. Ich werde hier für die Kühe machen. Ich werde das Haus dann sowieso so ein bisschen, ja, dort hoch bauen. Also Richtung in diese Richtung bauen. Und ähm. Und ähm. Werde dann. Also hier unten anfangen. Und dann irgendwie hoch oder so. Oder der Berg weg. Keine Ahnung. Wie ich genau das machen will. Was ist denn los mit den Kühen schon? Was die so abhauen. Wo ist die andere Kuh? Hm. Irgendwas ist komisch. So. Also. Einen will ich da noch auf die andere Seite machen. Dann kommen die anderen auch hier hin. So. So. Ich muss das anders machen. Hier auch noch. Kann man so schlecht platzieren. So schnell. Das wird noch. Okay, gut. Hier machen wir das Zeugs rein. Dann können wir zuerst hier versuchen, weil da ja eigentlich die Sachen sind. Ja, dann machen wir mal das weg. Ach, so. Und jetzt schlafen. Gut. So. Also machen wir mal die hier rein. Dann, ähm, ja, Holz bauen dann, also Haus bauen dann in einer anderen Folge. Ähm, naja, genau, die Bären wollte ich noch anpflanzen. Und, ähm, die Kirschen. Ah, zwei oder? Ja, drei. So. Gut, dann gehen wir nach oben. Und pflanzen noch das kurz an. Und zwar gleich hier. Da und da. Ja. Alle Bärensätze, den brauche ich nicht. Hier anzupflanzen. So. Hm. Hm. So. Dann machen wir das hier. Dann das hier. So. Hallo. Schon wieder Bucky. Hm. Okay. Dann haben wir hier noch Gersten. Ähm, Walzensetzlinge möchte ich gerne. Sodene. Gut. Ähm, Walzen noch Fitten. Die haben Hunger. So. Und die andere Kuh. Die suche ich jetzt nicht. Wir haben schneller ein Ding, als die wir die geholt haben, gezüchtet. Ist sicher irgendwo hier hochgerannt. Aber wo? Hm. Dass die Kühe so komisch sind. Ja. Es wurden ja überarbeitet in 1.8 glaube ich von der Kühe her. Vielleicht bin ich es einfach nicht mehr so gewohnt. Aber. Hm. Da drauf. Okay. Kannst du auch kommen? Ich brauche noch eine Kuh. Bei 3 ist 4 besser als 2. Na, wir 2. Also können wir 4. Also haben 4, wenn einer gezüchtet ist. Genau. Komm. Ja, toll. Jetzt geht rein. Alle. Geht rein. Nicht raus. Wirklich ab. Kommt alle rein. So. Ja. Ja. So ist. Ja, genau. Komm. Ja. Ja. Nein. Nicht so. Ja. So. Okay. Dankeschön. Haha. Du wolltest schon wieder raus, gell? Also. Ah, da haben wir eine. Kann wir nicht noch weiter züchten. So. Boah, diese G-Filme. Hm. Okay. Haben wir das. Sehr gut. So. Ähm. Der Chewiser. Haben wir den nicht gemacht? Noch nicht gemacht? Warte, war das? Oder sind wir Testaufnahmen? Kann sein. Dann machen wir den Schießer. Aber dafür brauche ich irgendwie. Ich hoffe, da brauche ich nicht normalen. Hm. Machen wir mal hier. So. Und. Was wollte ich noch? Ah, ist der oben? Der ist oben. Der ist oben. Und irgendwo. Wo haben wir die Dinge hingetan? Die Truhe. Den brauche ich gar nicht oben. Ich will ja unten Essen machen. So. Genau. Dachte schon, ich hätte den wirklich nicht gemacht. Oh. Oh. Endlich mal etwas Besseres. So. Nicht ganz so gut wie Fleisch oder Brot. Zwei. Zwei auch. Okay. Sodele. Du gehst noch dort rein. Und. Das Kupferz. Sodele. So. Also. Dann. Dann. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön für's schauen. Bis dann. 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 Dann.